Wollen wir starten in die neue Woche mit einem Wochenrückblick? Dafür benützten wir ja in den vergangenen Monaten den Podcast The Week, Pierre Dyson Tommery von der Jungen Welt. Dieser wurde eingestellt, liegt uns aber weiter in Textversion vor. Jeden Tag vor dem Mikrofon Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche. Erinnern wir uns aber gleich nochmal an die Stimme von Pierre Dyson Tommery. Heute meldet die New York Times, dass die ukrainischen Truppen im Donbassgebiet nach wie vor mit Nazi-Symbolen kämpfen, mit Nazi-Symbolen, mit SS-Runen und Haken kreuzen. Aber die New York Times, und das ist eben auch der Wahnsinn unserer Gegenwart, die New York Times regt sich nicht darüber auf, dass die ukrainischen Truppen mit Nazi-Symbolen kämpfen. Nein, nein, sie finden das nur schlimm, dass man das eben sieht. Und dass es somit eben propagandistisch ausgeschlachtet werden könnte von den Russen. Ausschlacht war auch Pierre Dyson Tommery. Der von einer ganzen Reihe von Zwergstaaten anerkannte internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat einen Haftbefehl gegen Putin erlassen. Ist er ein Kriegsverbrecher? Möglich, aber darum geht es wohl nicht. Durch den Haager Gefälligkeitshaftbefehl können endlich alle Forderungen nach Verhandlungen vom Tisch gewischt werden, weil mit Kriegsverbrechern wird nicht verhandelt. Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche zum Damm. Das ist einfach für mich, ist das wieder ein Beispiel dafür, was eben an Fürchterlichkeiten passiert, wenn man einen Krieg nicht beendet, sondern wenn alle Seiten auf ihrem moralischen, rigoristischen, stumpfsinnigen und engstirnigen Standpunkt sitzen bleiben. Wenn alle sagen, nein, wir machen keinen Frieden, weil der andere ist der Böse. Und der andere sagt, ich mache nie Frieden mit dem, weil der andere ist der Böse. Also diese Sandplatz, diese Sandkasteneinstellung, wie man sie auch bei Kleinkindern beobachtet oder unter Betrunkenen, wenn sie sich zusammenschlagen in irgendeiner verlausten Bar, das hat diese Komponente nur mit viel, viel ernsthafteren, schlimmeren Konsequenzen. In den Zeitungen lesen sie jetzt nur strategische Wehrweisungen. Ja, natürlich haben diesen Damm da bei Kerst und die Russen in die Luft gesprengt. Klar, das ist so rational, dass die Russen ein Gelände fluten, wo das von Russland kontrollierte grösste Atomkernkraftwerk Europas draufsteht. Was für ein schlauer Plan, die eigenen Gebiete zu überfluten, das eigene Kernkraftwerk hier und eine Strecke zu zerstören über diesen Damm, nämlich eine wichtige Verbindungsstrecke geleitet worden, das auch kaputt zu machen. Nein, diese Russen, die sind so, das ist ein dermassen finsteres Volk, nachdem sie ihre Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 selber in die Luft gesprengt haben, Milliarden in den Sand, in den Meeresboden gesetzt haben, jetzt natürlich noch dieser neue, suizidale, masochistische Kriegsakt, dass sie sich selber durch den linken Lungenflügel schiessen. Ich meine, das erwarten die Journalisten, wir glauben das, was sie uns da vorsetzen an solchen Hanebüchern und Theorien. Ja, es ist ja alles möglich und auch das Gegenteil, aber ich habe da so meine Zweifel. Kleiner Wochenrückblick, Roger Köppel am 7. und 8. Juni zum Staudamm, aber auch klärt Nord Stream 2 auf. Washington Post, hochbrisante Geschichte, habe ich auch in der Schweizer Sendung angesprochen. Sprengung von Nord Stream durch die Ukraine, das CIA wusste Monate vorher schon Bescheid. Jetzt also neue Theorien, CIA-Leaks, die Ukrainer seien es gewesen und die Amerikaner hätten Bescheid gewusst. Vielleicht ist das auch die elegante Version, um zu sagen, die Amerikaner haben es geplant und die Ukrainer haben es ausgeführt. Die polnische Spezialeinheit bestätigt Beteiligung an Angriffen auf Belgorod. Polnische, also NATO-Soldaten, nehmen teil am Krieg zwischen der Ukraine und Russland auf der ukrainischen Seite. Und das ist eine bedenkliche, das ist eine fürchterliche Nachricht, denn es zeigt einfach, wie dieser Krieg einfach immer mehr Fahrt aufnimmt, immer mehr Kraft ansaugt, immer mehr Hass produziert und immer mehr Länder in diesen Krieg hineinzieht. Da einige Hörer nachgefragt haben, der Podcast The Week wurde eingestellt, aber es gibt natürlich die Textversion weiter in der Tageszeitung Junge Welt. Kameraden, wir sind frei. Und da tönt ein Aufschrei durch das ganze Lager. Frei! Gemeint ist das Konzentrationslager Buchenwald. Direkt zu Füßen liegt die Stadt Weimar. In dieser wirkt Pierre Dyssen-Thomery. Buchenwald ist heute ein Ort geschichtlicher Besinnung, der Mahnung, des Gedenkens. Walter Bartel hatte vor 40 Jahren für das internationale Lagerkomitee die Ansprache gehalten und für alle Kameraden den Schwur gesprochen. Kameraden, wir stellen den Kampf erst ein, bis auch der letzte Schuldige vor dem Gericht der Völker steht. Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit unser Ziel. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden, ihren Angehörigen schuldig. Zum Zeichen eurer Bereitschaft für diesen Kampf erhebt die Hand zum Schwur. Nehmen wir heute zur Kenntnis, dass es noch Gegenden gibt auf diesem Planeten, in denen Schwüre dieser Art nicht vergessen oder gar zum Gegenteil gewandelt sind und kommen zu Pierre Dyssen-Thomery. Es wird kalt. Sonnabend, 3. Juni. Die Zerstörung Leipzigs wegen der Verurteilung von Lina E. und Genossen ist ausgeblieben. Die schwarzen Horden waren den Sicherheitsorganen numerisch und waffentechnisch weit unterlegen, sodass sie lieber stundenlang im Polizeikessel herumstanden und aufs Brandschatzen verzichteten. Sonntag, 4. Juni. Während die Polizei in Leipzig bis in die Morgenstunden Antifas einkesselte, ist in einem Flüchtlingsheim in Thüringen ein Feuer ausgebrochen. Montag, 5. Juni. Die AfD kommt jetzt bei Umfragen bundesweit auf 19%. CDU-Vorsitzender Merz hat angesichts dieser Zahlen eine Koalition mit ihr kategorisch ausgeschlossen. Unter seiner Führung werde die CDU nicht mit dieser Rechtspartei zusammenarbeiten. Es gibt ja noch die FDP. Die Staatsanwaltschaft hat heute Anklage gegen Björn Höcke erhoben, weil er 2021 in Merseburg einen Satz in den versammelten Pöbel blökte, von dem er gewusst haben müsse, dass er ein SA-Spruch sei. Zitat, alles für Deutschland. Woher die Richter so etwas wissen? Von ihren alten Herrenabenden. Adolf für Deutschland. Donnerstag, 8. Juni. Vor der italienischen Mittelmeerküste sind rund 1000 Flüchtlinge aus Seenot gerettet worden. Künftig sollen Heimatlose bei ihrer Ankunft in der EU direkt in Abschiebelager gesperrt werden. Das sieht ein Plan vor, über den heute in Luxemburg die 27 Innenminister der EU beraten. Ausnahmen sollen gelten für Asylbewerber, die per Knopfdruck in Facharbeiter verwandelt werden können und für Österreicher, die vor der linksextremen SPÖ flüchten. Einige werden vielleicht in die Schweiz flüchten, denn da publiziert Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche. Auch ihn wollen wir nochmal zu Wort kommen lassen. Steinmeier beim Kirchentag. Der Kirchentag wäre ja ein Widerstandstag. Kirchen sind Oppositionsorgane, sind Häuser auch des freien Denkens, wo die Pferrer, wo die Theologen über die Bibel sprechen. Das war einmal. Heute sind diese Kirchen Zitadellen des Zeitgeists, verlängerte Aussenposten der Regierung. Und ich lese hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Steinmeier beim Kirchentag, Zitat, es ist auch Zeit für Waffen. Jetzt rufen sie also in unseren Kirchen bereits wieder zu den Waffen auf. Dann müsste man die Kirchen sofort schliessen. Wenn wir eine Moschee haben, in der die Imame den Gläubigen zurufen, ihr müsst euch bewaffnen, dann ist der Verfassungsschutz aber morgen mit Schäferhunden in dieser Moschee. Oder auch nicht. Aber wenn wir jetzt anfangen in den Kirchen, zum Krieg aufzurufen, für den Krieg zu hetzen, dann kommt sich die Kirche immer mehr abhanden. Und da muss sich niemand mehr fragen, warum die Leute nicht mehr in die Kirchen gehen. Ich will doch diesen Wahnsinn nicht auch noch in der Kirche, auf dem Sportplatz, überall Selenskyj, Waffen, Waffen, Waffen. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde. Annalena Baerbock, die unvermeidliche, man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie so ist, wie sie ist. Man hat immer gewusst, wie sie ist. Man hat ja gewusst, wen man da wählt, eine typische grüne Gesinnungspolitikerin. Man muss das auch positiv sehen. Ich rede jetzt aus Sicht der Kritiker von Frau Baerbock. Du musst auch einem grünen Gesinnungspolitiker die Chance geben, sich selber zu entzaubern. Und sie nimmt diese Chance mal und mal virtuos wahr. Jetzt sagt sie, eine mögliche Verhaftung von Putin sei legitim. Aussenministerin Annalena Baerbock wird auf der Zeit so zitiert, drängt angesichts einer möglichen Verhaftung des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei den Gipfeltreffen in Südafrika auf Einhaltung des Völkerrechts. Also wenn wir ihn schon einsacken, dann muss das Völkerrecht beachtet werden. Das Völkerrecht ist an dieser Stelle klar. Das Völkerrecht macht deutlich, Kriegsverbrecher, Verantwortliche, die Angriffskriege führen, die werden irgendwann zur Verantwortung gezogen. Punkt 1, Kriegsverbrecher. Es gibt kein Gericht, das von den Amerikanern oder von den Russen oder von den Chinesen gleichermassen anerkannt wäre und das über Kriegsverbrecher befinden könnte. Der Vorwurf, Kriegsverbrecher, ist immer ein politisch Aufgeladener. Wir haben kein Nürnberger Tribunal, das von allen Parteien anerkannt würde. Und zweitens, Verantwortliche, die Angriffskriege führen, dann müssen sie auch den George W. Bush, den ehemaligen amerikanischen Präsidenten, den müssen sie auch verhaften lassen. Also das sind schon Aussagen ohne Hand und Fuss, die hier gemacht worden sind von Frau Annalena Bärbock. Und Roger Köppels letzter Ausritt heute Roger Waters. Roger Waters hat ja schon seit The Wall 1980, diesem Konzeptanbulb, diese Ledermäntel getragen, um vor den Schlangenfängern und Nazis zu warnen. Aber weil eben heute Ironie verboten ist, versucht man ihm anzuhängen, er sei selber ein Nazi, weil er in solchen Mänteln herumläuft. Aber ein Zelensky, der mit Nazirunen auf seinen Pullovern herumläuft, der wird als Volksheld gefeiert. Wir leben also wirklich in verrückten Zeiten, meine Damen und Herren. Auf dem Pullover war dasselbe Symbol wie auf der Fahne der Neonazis, die jetzt in Russland eingedrungen sind. Ich habe Ihnen dieses Bild gestern gezeigt. Ein altes Symbol ukrainischer Ultranationalisten. Und das Offizielle, der Wappen der Ukraine, das hat für mich auch so etwas Stechschrittartiges. Das ist jetzt eine Ikonografie, etwas aus dem Hüftgelenk heraus, meine Damen und Herren. Subjektive Eindrücke. Aber die darf man ja auch loswerden. Liebe Schlagerfreunde, ich hoffe, damit sind wir gut in die neue Woche gestattet. Mit einem launischen Wochenrückblick in eine launische Woche. Thema Nummer 1 bei der Tagesschau. Im deutschen Luftraum beginnt heute die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO. Worum geht es beim Air Defender Manöver? Welche Kritik gibt es daran und kommt es deshalb zu Flugverspätungen? So möchte ich verwenden mein musikalisches Stressbett. Und überfliege im wahrsten Sinne des Wortes. Inhalt der Übung. Ein östliches Militärbündnis beherrscht bereits Teile Deutschlands und will jetzt mit Spezialkräften auch noch den Hafen in Rostock erobern. Entschuldigung. Die Tagesschau nennt diesen Blödsinn ausgefeiltes Übungsdrehbuch. Und ja, die Bevölkerung ist durch die Corona-Pandemie geschwächt. Passt gut, oder? Durchgespielt werden Luftbetankung, Abfangübungen, etc. Ist keine NATO-Übung, sondern ein Luftwaffenmanöver unter deutscher Führung. Drum darf auch der Flughafen Rostock Lage mit einbezogen werden. Keine NATO-Truppen auf dem Gebiet der DDR. Genial umgangen. Geübt wird auch die Verlegung von Flugzeugen. Zum Beispiel aus den USA nach Deutschland. Geübt wird über der Ostsee Mecklenburg-Vorpommern und Teilen Sachsens. Geplant sind auch Tiefflüge im Übungsraum Ost zwischen 10 und 14 Uhr. Mit verspäteten Flügen muss gerechnet werden. Die ARD stellt die Frage, was hat die Übung mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu tun? Antwort der deutsche Luftwaffeninspektor Ingo Gerhards ist bereits vor fünf Jahren in den USA bezüglich dieses Manövers vorstellig geworden. Auch das in sich schlüssig passt. Warum sind die USA so stark beteiligt? Die USA wollen ein Signal der Abschreckung senden. Und die Tagesschau, welche Kritik gibt es an dem Manöver? Kommen Sie drauf? Was kostet dieses Mega-Manöver? Bundeswehr schweigt, man kann das erst hinterher sagen. Auch wird die Frage gestellt, welchen Klimafußabdruck das Manöver hinterlässt. Antwort der Luftwaffe, Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Und dann tatsächlich auch in der Tagesschau die Frage, ist das nicht eine Provokation in Richtung Russland? Und darauf die Antwort, eine größere Eskalation als den Überfall eines defensiven Nachbarlandes kann es kaum geben. Unglaublich, wie das alles wunderbar zusammenpasst. Und das führt mich noch einmal zum Friedensfest. Es wird in dieser Woche im Mittelpunkt der kleinen Audiodatei stehen. Morgen, übermorgen, überübermorgen, die ersten zehn Minuten ungefähr der Audiodatei dominieren. Interviews mit den Künstlern, Gespräche zum Frieden. Gestern ausführlich publiziert Kolumnist Jürgen Eger sein Sermon, der natürlich widersprüchlich aufgenommen wurde. Vom nicht beteiligten Publikum übrigens überwiegend positiv. Verkürzte Kernaussage, harter Tobak, aber viel Wahrheit drin. Auch Lob dafür, sich nicht bedingungslos mit einer Sache gemein zu machen. Seitens der Beteiligten gab es natürlich Missverständnisse. Hier möchte ich mich noch einmal klar positionieren und auch auf den eigentlichen Inhalt und den eigentlichen Adressat des Textes bzw. der zwei Texte. Der gestrige war der zweite Teil von Jürgen Eger Hinweisen. Adressat war zunächst ich, ja, ihr Erzähler. Ich habe in der vergangenen Woche Werbung getätigt für die Tageszeitung Junge Welt und für das Friedensfest. Sie können nachhören, das war ordnungsgemäß durch einen Werbetrenner angekündigt, dem gerade gehörten. Eger begann seine Texte auch mit der Marabou wirbt. Also eindeutig bin ich der Adressat. Die Polemik wieder die Junge Welt war kurz und scharf. Die zum Friedensfest bewegte sich auf das Nebengleis der Kulturkritik. Zugegeben etwas heute kaum noch Geläufiges. Der Kern aber war etwas anderes. Kritisiert wurde die westliche Dominanz. Das kann man durchaus weiterführen auf die gesamten alternativen Medien. Heute ging es ja los mit Roger Köppel. Auch der als Schweizer 100% westlich geprägt und vor allem, was wichtiger ist, weil er sich auch offen dazu bekennt, ein Antikommunist. Die westliche Prägung der meisten alternativen Medien, darum zählen wir uns auch nicht direkt dazu, ist stringent antikommunistisch. Ich bin kein Kommunist, aber vor allem auch kein Antikommunist. Der Faschismus ist mit Antikommunismus unbekämpfbar, weil im Antikommunismus der Faschismus inne wohnt. De facto, wie ein Geist aus der Flasche geholt werden kann, werden ostdeutsche Meinungen, die in der Mehrheit nicht antikommunistisch sind, unterdrückt, ist eine Entwicklung zum Faschismus nicht aufhaltbar. Und dieser böse Begriff mit F wird ja von einigen Publizisten, ich denke da an den Kameraden Paul Brandenburg, in schöner Regelmäßigkeit verwendet. Folgt man friedensbewegten Diskursen in anderen Ländern, auch post-sowjetischen, sind diese deutlich weniger antikommunistisch. In Russland stellt die Kommunistische Partei die größte Oppositionspartei. Daraus lässt sich die große Differenz im Diskurs ableiten. Für mich ein Thema seit spätestens 2005. In ihrem unlängst erschienenen Essay vermerkten Hauke Ritz und Ulrike Gero die Änderung der US-amerikanischen Außenpolitik bzw. die Rückkehr zur globalen Dominanz bereits 1993. Hätte ich selbst deutlich später gesehen, fand es sehr interessant. Für mich war eine rote Linie erreicht 2005. Gerne erkläre ich mich noch einmal dazu. Grund waren die Folterbilder aus Abu Ghraib, publiziert damals von Seymour Hersh. Heute selbst zum Schwurbler diffamiert, konnte er damals die Welt aufrütteln. Ich habe die Bilder im Stern gesehen. 2005 ist interessant, weil es Jahre nach 9-11 war, aber auch noch vor Putins Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007. An 9-11 kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war ein Dienstag, ich hatte langen Dienst. Auf Arbeit hörte ich bewusst kein Radio, da ich mich nicht ablenken lassen wollte. So komme ich nach Hause nach 18 Uhr. Meine damalige Freundin hatte irgendwas zum Abendbrot zubereitet, Honigmelone mit Schinken, glaube ich, und saß flennend im Sessel. Zeigte auf den Fernseher und erklärte, da ist ein Flugzeug ins Empire State Building geflogen. Mein erster Kommentar als Architekturbegeisterter. Oh, zum Glück nur das World Trade Center. Aber mein zweiter, das wird Krieg geben. Den Reigen der Verschwörungstheorien eröffnete am selben Abend übrigens Niki Lauda in RTL. Er erklärte, unmöglich kann ein nur kurz ausgebildeter Pilot das geflogen haben. Wer, wann, wie, in wie viele Hochhäuser flog, hat mich persönlich nie wirklich interessiert. Geopolitisch interessant, vor allem aus dem Rückblick heraus, ist eine ganze Abfolge von Kriegen. Alle gegen das Völkerrecht verstoßend. Deutschland versuchte sich in den ersten Jahren mit Figuren wie Guido Westerwelle oder Gerhard Schröder aus dieser Entwicklung herauszuhalten. Unter Angela Merkel wurde Deutschland in langen Jahren sehr viel enger an die USA herangeführt. Dies blieb in Russland nicht unbeachtet. Russlands rote Linien wurden 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz von Wladimir Putin festgelegt. Ungehört und umso zielstrebiger wurde die Situation Krim, wenn Sie mich fragen, aus westlicher Orientierung heraus herbeigeführt. Das wurde damals auch in westlichen Medien, auch in Mainstream-Medien durchaus noch diskutiert. Diese Diskussion veräppten ab 2015. Von da an gab es nur noch eine Meinung in der Sache und ein Feindbild. Letzte oft hochbetagte Kritiker bewegten sich zunehmend in Richtung Abseits. An Zuwachs gewannen die alternativen Medien. Für mich war spätestens ab 2017 klar, und da habe ich es auch offen formuliert, dass Russland militärisch denken werden muss. Als dann im Frühjahr 2020 die uns allen bekannte Situation eintrat und Fragen dazu nicht beantwortet werden durften, auch nicht gestellt werden durften, war für mich relativ klar, jetzt kommt es. Ich erinnere mich sehr an mein ostdeutsch geprägtes Umfeld. Hier gab es eigentlich kaum einen, der die Erzählungen zu 100% glaubte. Ich nenne mal einen Stammtischsatz eines Försters, jetzt werden die Karten neu gemischt. Im Westen prinzipiell anders. Genau deshalb setze ich mich für eine ostdeutsche Stimme ein, die nicht von Antikommunismus geprägt ist. Abschließend dazu, die Werbung für die Tageszeitung Junge Welt erfolgte mit Gegenleistung. Die Junge Welt warb in der vergangenen Woche in ihrer Printausgabe für Radio Marabou. Die Werbung für das Friedensfest erfolgte ohne Gegenleistung. Ganz im Gegenteil, ich fuhr 100 Kilometer, um am Sonnabend dort Interviews aufzuzeichnen, die in den nächsten Tagen hier laufen werden. Irgendwie passend dazu aber eine Kommentierung, die ich tätigte auf dem Portal VK. So was mache ich sehr selten, hier postete jemand ein Bild, aufgezeichnet wohl in Sachsen, Krieg mit Russland. Dafür war ich 1989 nicht auf der Straße. Ich kommentierte, ja, dafür war man 1989 auch auf der Straße. Genau deshalb war ich nicht auf der Straße, nur am 1. Mai und am 7. Oktober. Hier antwortete mir ein Horst Wischnowski. Marcel, ich bin auch Ossi und war 1989 nicht auf der Straße, heute bereue ich das und sehe die DDR als Vorstufe von dem, was wir jetzt erleben. Hierauf meine Antwort, man sollte Gesellschaften von verschiedenen Gesichtspunkten beurteilen. Eine Gesellschaft mit vergesellschafteten Produktionsmittel ist weit entfernt von einer, in der sich Macht und Mittel in den Händen weniger befinden. Das völlige Gegenteil, das sich subjektiv durchaus ähnlich anfühlen kann, aber nicht ist. International der frühere US-Präsident Donald Trump will wenige Stunden nach seinem Gerichtstermin morgen öffentlich Stellung nehmen. In Moskau ist ein US-amerikanischer Musiker wegen des Verdachtes des Drogenhandels verhaftet worden. Die frühere schottische Regierungschefin Sturgeon wurde gestern kurzfristig festgenommen, danach wieder freigelassen. Bei der Montenegro-Wahl führt die Europa-Jetzt-Bewegung. Das Wall Street Journal berichtet, die Nord Stream-Saboteure könnten Polen als Operationsbasis für den Anschlag auf die Pipeline genutzt haben. Deutsche Ermittler untersuchen nun weiter. Klärt Nord Stream 2 auf. NATO-Manöver, NATO-Gipfel im Juli. Bringt dieser weitere Eskalation? Dagmar Hinn fragt das auf Russia Today. Sie beruft sich auf Veröffentlichungen in der Zeitung Foreign Affairs, der wichtigsten außenpolitischen Zeitschrift der USA. Sie stellt die dort diskutierten unterschiedlichen Sichtweisen dar. Einerseits einen möglichen Rückzug aus der Ukraine. Hier nimmt sie noch einmal Bezug auf die RAND-Studie. Gestützt durch häufigere Berichte über die Nazi-Ideologie in der Ukraine, unlängst in der New York Times. Hier schrieb man, dass Fotografen Mühe haben, die Nazi-Insigien ukrainischer Soldaten nicht mit aufs Bild zu bekommen. Andererseits nennt sie Hardliner vor allem auch in Europa, genannt auch unser Kanzler Scholz. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Zu Scholz, Zitat, Henn, gerade Scholz lieferte in den letzten Monaten ein geradezu historisches Spektakel. Denn die auch in Deutschland verbreitete Version der Nord Stream-Saga mit der Ukraine als Täter müsste zumindest zu zunehmender Distanz führen. Seine diesbezügliche Harthörigkeit lässt eigentlich nur noch die Option offen, dass er von dieser Kriegshandlung gegen Deutschland vorab nicht nur gewusst, sondern sie gebilligt hat, was ein Verhalten wäre, für das das deutsche Strafrecht weder einen wirklich angemessenen Paragrafen noch eine wirklich angemessene Strafe kennt. Weiterhin, auch in Bezug auf die politischen Entwicklungen rund um die beiden Regierungen, wird in Europa so getan, als gäbe es das alles nicht. Genannt werden Enthüllungen. Beide Seiten werden vom NATO-Gipfel versuchen, ihre Ausgangsposition zu verbessern. Henn nennt ein Problem. Keine der beiden Fraktionen kann eine bessere Antwort auf den Niedergang des US-Imperiums bieten. Sie stellt fest, wenn eine Auseinandersetzung mit Russland schon zu einer Niederlage führt, wie soll eine Auseinandersetzung mit China zum Erfolg führen? Ich ergänze, na eigentlich war ja auch Afghanistan eine Niederlage. Henn schließt. So vielgestaltig die Manöver sind, mit denen Öl ins Feuer gegossen wird, entscheidend ist, dass die Menschen im Westen erkennen, wer die Ölkanne in der Hand hält. Aber von der gegenwärtigen Friedhofsruhe bis zu einem Moment, an dem in Westeuropa Regierungen nachgeben oder gar gestürzt werden, ist noch eine gehörige Strecke zurückzulegen. Eine gefährliche, gehörige Strecke ergänze ich. Ergänzend der Text von Dagmar Henn, wie immer formal hochbefriedigend. Ob dazu passend oder nicht, vielleicht ja doch. Berliner Zeitung berichtet Interstate 95 in den USA. Eine Autobahnbrücke in Philadelphia ist eingestürzt. Schuhe bei Renault kaufen bald nicht mehr Insolvenz. Berichtet wird aus Düren. Das ist hinter Köln. Stark zerstört im Zweiten Weltkrieg. Die Fassade des Traditionsunternehmens Kraft und Söhne zeigt ein Plakat. Annalena Baerbock und Robert Habeck. Darunter der Text, wenn ein Clown in einen Palast einzieht, wird der Clown kein König, sondern der Palast wird zum Zirkus. Finanzmarktwelt berichtet, die BRICS-Staaten diskutieren aktuell eine mögliche gemeinsame Währung. Man will sich explizit gegen westliche Sanktionen schützen. Der russische Publizist und Philosoph Alexander Dugin sprach am 1. Juni auf einem Forum in Moskau. Er ruft zur Eurasischen Staatenvereinigung auf. Nach Deutschland berichtet wird der Anti-Wagenknecht-Beschluss des Parteivorstandes der Linken. Man fordert, sie möge ihr Bundestagsmandat zurückgeben. Beistand erhält Wagenknecht unter anderem von Klaus Ernst. Parteichefin Wissler verteidigt den Beschluss. Sehr schlüssig dazu nicht nur Umfragen, sondern auch Wahlergebnisse für die AfD. Auf nach Thüringen. Stichwahl Landratswahl Sonneberg. Der AfD-Politiker Robert Sesselmann holt 46,7 Prozent der Stimmen. Heute und morgen viel Sonnenschein. Zur Mitte der Woche kommt vom Osten wolkenreicheres Wetter nach Deutschland hinein. Gewitter könnte es in den Mittelgebirgen geben. Eine grundsätzliche Wetteränderung steht nicht an. Schauer und Gewitter, wenn eher im Osten. Diese könnten sich mit Perspektive Ende Juni verstärken. Es bleibt sommerlich warm.